Jetzt wird's heiß. Sylvie Mais präsentiert die neue Show von Holiday on Richtig Eis auf einer Pressekonferenz in Hamburg. Kufen und Kurven ist das Motto des Tages und die Moderatorin spielt in der Produktion eine ganz besondere Rolle. Sie führt als Erzählerin durch das Programm. In Belief geht es um Sehnsucht, Eifersucht und die einzig wahre Liebe. Themen, die natürlich auch Sylvie kennt. Im bunte.de-Interview verrät sie uns, woran sie getreu dem Motto der Show noch glaubt. Also ich glaube im Allgemeinen an Gott und ich glaube an Liebe und ich glaube an die Liebe zu nützen, um stark im Leben zu stehen mit meinen Werten und dann weiterzugehen. Trotz der Rückschläge in Sachen Liebe glaubt die 37-Jährige also weiterhin an das große Glück. Der Blick geht nur nach vorn. Ich glaube fest daran, da kommt wieder eine bessere Zeit und während die Zeit, dass man vielleicht es schwieriger hat, kann man das sehr gut nützen, um einfach so ein Mindset zu haben, dass man Positivität benutzt, um da rauszukommen. Und ja, das kann ich jedem empfehlen, das zu versuchen, auch wenn es vielleicht nicht so rund läuft. Apropos laufen. Das wird Sylvie auch auf dem Eis, allerdings nicht live vor Publikum. Kleine Einspieler mit ihr als Eisprinzessin werden in die Show integriert sein. Ab dem 26. Oktober wird Sylvie dann in 15 deutschen Städten zu sehen und vor allem zu hören sein.